Es entwickelt sich! Oh Leute, machen Begrüßung! Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge! Der Pokémon, Platin! Das ist ein Donut! Wat? Ein Donut? Ja, Melotik sieht voll aus wie ein Donut! So richtig rund! Ich hab grad schon Angst, dass du ne ganz andere Entwicklung hast, Alter! So, wir sind hier, im letzten Part ist was sehr krass passiert, ich bin richtig ausgerastet! Ja! Yes! Ich hab Melotik! Nice! Und ich hab jetzt Surfer? Perfekt! Das krieg ich auch noch dann! Und Melotik und Surfer ist geil! Leute, wir haben einen Melotik, aber es ist auf level fucking 20! Einfach EP-Teiler geben, dann wird's schon! Ja, hab ich ja! Ich hab zwei Wasserprogrammen und können endlich jetzt surferen! Genieß! Oh man! Hier ist ein Sango! Oh, Sango ist cool! Ich mag's! Joa! Und ich hoffe! Ich mag Pelotik! Ja! Und Brutalander! Ach, Haller Maul, Brutalander! Aaaaah! Ja, die hast du ja auch noch! Lül! Lülülülülülülül! Jo, Leute! Jetzt mach ich die nächste Route! Und da fang ich auf einen Encounter! Weil... Ein Encounter ist eigentlich immer im Part! Ich mach jetzt diese Nebelroute! Ja! Ich würde dir empfehlen, niemanden mit Auflockern mitzunehmen! Weil durch diesen Nebel werden im Kampf deine Attacken... Also haben eine richtig niedrige Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen! Und ähm... Ja, ich hab niemanden mit Auflockern! Lol! Dann muss ich mal zurückfliegen! Ja! Besser wär's! Besser wär's! Das hat mich sehr genervt! Deswegen hab ich auch Selina geholt! Dann flieg ich mal nach Trost! So, was ist hier eigentlich? Ist hier eigentlich ein Item? Ich guck mal grad! Ich hab ja hier diesen... Ich hab ja ein Pokémon mit Auflockern gemacht! Wir warten das nochmal! Bam, 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 bam! Nee! Okay! Schade! Neh mich einfach als Sklaven jetzt mit! Ist mir scheißegal! Ja, ist ja wurscht! Ist ja wurscht! Nee! Oh, Cynthia! The Hell! War hier alles in Ordnung? Ja! Natürlich! Wer hatte denn nochmal Auflockern? Weiß ich nicht! Also ich hab halt... Hast du auch jemanden das gelernt? Jaja, klar! Auf jeden Fall! Aber da war das... War das Sand? Ich kann Sand das lernen? Nee, ich glaub nicht! Nicht so was, dass du so ernst nehmen wüsste! Ja? Größere Drogenversuche so zu manipulieren... Vergasst man was nicht! Mhm! Wer war denn das? Flethburg! Müssen wir da wirklich jetzt schon hin? Wer kann denn Auflockern lernen so? Kein Plan, Alter! Du gelangst am schnellsten, wenn du jubelst statt... Okay, wir müssen schon zu Flethburg! Holy Shit! Da ist die nächste Arena! Hast du irgendein Pokémon? Was das kommt? Hm... 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 Ah, hier! Hier, hier! Ich hab's! Eule konnte das! Eule, ja! Stimmt! Also Flug-Pokémon können das häufig! Ja, ja! Nicht alle sogar! Aber... Joa... Warum nicht? Booterlander! Booterlander! Booter... Hm... Hm... Alter, das wär so cool! Würde jetzt nochmal ein Booterlander... Oh, Leute! Stähnchen tot! Ach, Tunte ist ja tot, ne? Kommt jetzt eigentlich noch ein Encounter bei dieser Nebelscheiße, oder? Ähm, ja! Wenn du in die Stadt kommst, hast du da zwei Encounter! Einmal in der Stadt, da gibt's einen kleinen See! Da kannst du angeln! Hast du den schon gemacht? Äh, den geangelt? Ja! Wir warten das nochmal! Uhu-Kleber! Äh, fuck! Nee! Dieses Hotot! Ach, diese... Ach, der! Ja! Ja, ich hab ihn Uhu-Kleber genannt! Und ja... Alles klar! Oh, wenn ich diese Rip-Box grad mir so angucke! Hier sind so coole Pokémon! Oh! Ja! Hab ich auch grad gesehen! Seiler, alter! Cynthia, San Diego, Piraka, Flame... Soll ich auflockern? Im Kampf einsetzen oder draußen? Ne, außerhalb! Außerhalb! Achso, ja, okay! Hab ich gemacht! Immer oder reicht einmal? Einmal reicht! Das ist jetzt... Okay! Purpur-Stück! Junger, was bringt diese Scheiße eigentlich? Damit kannst du... Purpur-Stück! Mit dem... Purpur-Stück! Oh, Mann! Oh, Scheiße! Und damit kannst du... Bei... Es gibt so alte Säcke hier irgendwo... Und da kannst du halt sagen... Ja, ich hab einen gesehen! Jo! Wenn du mir ein Purpur-Stück gibst, Kann ich dir Attacken beibringen? Ja, weißt du... Ah, ja, ja! Irgend so ein Spaß! Die hab ich schon mal gesehen! Irgendwo... So, die hat drei Pokémon... Hier ist ein Clown und der hat Bock zu battlen! Ich hab auch Bock zu battlen! Aber nicht auf der Straße! Owei... Owei ist noch nicht Pflanze! Owei ist nur Psycho, ne? Auch Pflanze? Ich glaub sogar nur Pflanze! Mach nicht Psycho! Das sieht aus wie so'n Ei! Also... Ups! Jetzt kommt Surfer-Man! Boom! Alter, wenn... Wenn Octopoul bis zum Ende überleben sollte... Das wär richtig episch! Weil... Wenn Maschine bis zum Ende! Wenn überhaupt jemand bis zum Ende! Genau! Aber ich mein, so scheiße sieht's momentan nicht aus! Melotik, Maschine und Welser! Das geht eigentlich! Ja, aber es wär schon cool jetzt einen coolen Encounter zu kriegen, ne? Ja, also kein Pi, bitte! BITTE! Ich krieg eh eins! Ich krieg eh eins jetzt gleich! Oh, Knogger! Ich liebe Knogger! Knogger ist cool! Aber nur Alola-Knogger! Das alte Knogger suckt! Das kann leider nix! Alte Alola-Knogger! Junge! Das ist so ein Zerficker! Im Game! Das... Ey, Maschine kann aber auch echt One-Shotten, du, Alter! Ja! MOBAI! Das war der Baum, ne? Hm... Das wär jetzt sogar mal was für Gartenes, aber Bartha kommt rein! Ja, cool! Weil Melotik kann einfach noch nicht so viel, du! Na, ne, ne! Das war mit Dingens auch so, hier, Sternchen! Aber jetzt hat es Surfer! Und jetzt ist es der King of Pop! Genau wie Michael Jackson! Ja, ich glaub, wenn ich Surfer bekomme, bekommt's auch nicht Welser oder so, weil die Attacken passen! Und dann kommt's auf jeden Fall in Melotik! Oh, Alter! Ey, als ob ich das Ding echt noch entwickelt bekommen hab! Das ist gut! Das hätt ich gar nicht erwartet, so! Man denkt so Barschaut und... Ich dachte, dass... Also in Smaragd hab ich irgendwie vier, fünf, sechs Stunden gebraucht und es ist dann im Dreck-Part darauf gestorben! Warte mal! Warte... B-Boar, das ist die Biene, ne? Das ist die... Ja... Von welchem Typ ist das nochmal? Käfer oder...? Ja, Käfer... Äh, 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 Boden! Käfer... äh, Käferboden! Bin ich geistig behindert? Käfer... Käfer... Käfergift! 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 Oh, was... Was kann ich denn gegen... Warte, gegen Käfergift hilft Gestein, oder? Jaaa! Oder gegen Käfer! Jaaa! 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 Die Maschine dann rein! Okay! Meine Maschine hat Antikkraft! Warte mal! Druze 211! Der hat nicht irgendwie Melozec jetzt auch Antikkraft oder so? Nee, nee! Hä? WTF? Oder nee, das... Ah ja, das war ja Yanmar, wo du gesagt hast! Ja, da kriegt irgendwie Antikkraft und dann wickelt das sicher, es ist ja gestorben. Okay, im Kraterberg dürfen wir nicht LOL Kraterberg waren wir schon mal Ich darf hier keinen Pokémon fangen Kraterberg waren wir schon einmal Oh, wir können keinen Counter kriegen Scheiß Keinen? Du hast doch gesagt zwei Ja, ja, wir können aber doch nur einen kriegen Und den hab ich jetzt geholt Ich bin jetzt auf Route 211 Und die kam mir schon bekannt Und die ist bei EW genau daneben Oh Leute Aber ich kann jetzt zu der neuen Stadt Aber ich mach jetzt erstmal hier die Route fertig Und bei der neuen Stadt Dann gibt es da wieder einen Counter Das ist halt das Geile Hier sind Kämpfer Okay, krass Was geht mit dem ab, Alter Der ist richtig krank Hoffentlich hast du nicht so krank Alabis Alter, Alabis ist cool Ne, ist es nicht Oh, Doppelkampf ist scheiße Die haben aber nur insgesamt zwei Poké Aha, der Junge hat genau diese Kombi, die ich hasse Endivio und... Ich kann doch Elektroattacken, ist es nicht Elektro Vor Stelka Vor Stelka, Alter Ich bin ein Vollhonk Von welchem, von welchem, von welchem... Vanessa ist fast tot Alter, der kretet mich weg mit Lake Hurensohn Vanessa ist tot Fast tot Es ging grad so runter Ich guck grad so richtig... Alter, nee Boah Fick dich, Alabis Fick dich, Mann Warte Fuck Oh ja, das ist jetzt echt Fuck Hat Endivio irgendeine starke Pflanzenattacke? Ja, klar Ja, super Es ist ja Doppelkampf Und hier steht ein DIVI hier vorne Ich hab kein Switch in RIP RIP Das ist richtig RIP Dann muss ich das mit Feuerrotem killen Aber Maschine ist paralysiert Dann ist es schneller als du Warte, warte, warte Hast du, hast du irgendwie X-Abwehr? Oder so? Alles verkauft Ich warte Nee Fuck Ja, weiß ich nicht Ich hab noch Ich hab, aber das könnte vielleicht auch helfen Na, X-Tempo Das hilft dem Dreck Ha Ja, musst du hoffen Ja, aber okay Oh, das ist so kacke Für Doppelkämpfe Das meine ich Das ist scheiße dann Wenn man dann so eine krasse Schwäche hat Warte Vor Stelka, ne? Ja, ich hätt ja mit Maschine reingehen können Ach, Vor Stelka und nicht Endivio Beide sind vor mir Achso, okay Und ich bin mit Bata und Maschine drin Und mit Melotik kann ich überhaupt nicht rein, du Nee Ja, Bata, vierfach Oh mein Gott Gastrodon hab ich hier grad vor mir Von welchem Typ ist denn, ähm, Vor Stelka? Gastrodon fickt mich gerade ziemlich heftig Ich warte, was? Vor Stelka, ist er vom Typ Wasser? Nee Käfer Käferstahl Käferstahl Boah, was mach ich dagegen? Nur Feuer kannst du machen Also Boden ist neutral, aber Nö Dann mach ich Intensität mit Bata und Ach nee, das geht ja auch auf Maschine Wie scheiße ist das denn? Dann muss ich Aquarelle machen Ja, ist okay Vor Stelka Das Ding ist halt speziell richtig kacke Deswegen passt das eigentlich Warte Antikkraft auf Endivio ist nicht sehr effektiv Nee Dann muss ich Feuer rodeln Und ich muss vor allem hoffen, dass ich durchkomme Boom, Stirnchen! Ficke Gastrodon, bitte Oh, okay Vor Stelka ist, äh, verwirrt Stelka Es macht nur Bodyslam Auf Maschine Kraftreserve? Nein Boah, bitte kill jetzt Die ist sehr effektiv Yes Was? Die Kraftreserve ist sehr effektiv Wer, ist jemand tot? Nein Was ist los? Sternchen ist tot Das war ein Smaragd auch so Spaß Tausend Dollar für diese Scheiße reingesteckt Hey, das war nur Spaß Das war nur Spaß Ja, super Jetzt habe ich eine Bürokinder zerstört Weil ich so hart irgendwie da ging Ah, ich musste dich einmal verarschen Oh Teddy Urmba Ich war gerade so sauer Boah, du Pisser Ich musste das einmal machen Junge, ich lasse mich auch einmal so verarscht Ey, da bin ich auch voll ausgerastet Warte, der ist was Käferwasser, hast du gesagt? Käferstahl, Mann Na, Feuer wurde Ach, du Kacke Aber in Divi ist tot Ich wollte Kraftfragen Perfekt Und Divi ist tot Und vor Stelka Müsste jetzt eigentlich auch sterben Außer ich komme Bringt sich sogar selber um? Nein Gegenstoß Oh Ist das böse? Nee Okay Eigentlich nicht Eigentlich nicht Anmoderation Ja, ich komme mit Ach fuck Ich komme mit Maschine durch Aber Aquarelle sollte jetzt killen Ja, es killt auch Das regt den Wald Ja, ist völlig okay Bam, bam, bam Als ob mich so ein Divi erfickt, Mann Ich meine, wer von dir was anderes zu pflanzen, wie ich was voll entwickelt ist, hallo GG Du brauchst jetzt einen geilen Encounter Ich habe zwar Oh 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 Das ist ein Pokedollar für den Kampf Welches Level ist es jetzt? Godness 21, aber das ist noch underleveled Das ist noch underleveled Du hast nur zwei Pokémon, Alter, so gesehen Das ist echt scheiße Ja, kann man so sagen Oder fast heute ein Legi, ne? Das ist halt ganz gut Aber dennoch Bei Flug kann ich mit Maschine rein, ne? Ja, gar nicht Äh Ja Alles gut Was ist hier? Was waren die eigentlich für Encounters? Würde mich mal interessieren Oh Nein Nein Dummes Kind Ich hätte auf Antikkraft gehen sollen Wohin genau? Ja Ey, ich komme hier nicht weg Oh, das ist noch schlimmer jetzt Ich Es wird jemand sterben Octopoul ist jetzt drin Ja, greife mal ganz leicht an Der kann Spiegel Ja, Säure, Säure Bitte, bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Bitte, bitte Ich kriege jetzt die Poison, Alter Das wäre so gut Ich kritze, ich kritze Wenn er in Spiegelkämpfung ist Nein Bitte Octopoul, bitte, 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 bitte Nein Oktopoul Octopoul Ist er tot? Ja Leck mich Warum kritest du jetzt, Mann? Perfekt Also so gesehen habe ich jetzt noch ein Pokémon Du kritest, du Wichser Was? Octopoul ist tot Ich muss jetzt einen Schutz einsetzen, Alter Lame Lame, dass du jetzt kritest, Octopoul, Mann Selber schuld, du Opfer Ja, geil Du brauchst jetzt einen geilen Encounter, Alter Du musst jetzt durchkommen Du Jetzt kämpf auch nicht unbedingt jetzt gegen jeden Trainer Versuch durchzukommen zu Elyse Damit du den Encounter holen kannst Ja Ich werde dann beim nächsten Part leveln Weil ich brauche jetzt Melodik Das darf echt nicht wahr sein, Alter Oh, ey, wie lame Der war so ein guter Gasrodon-Ersatz, ne Laubklinge wird resisted durch den Drachentyp in dieser Gen Ja, das weiß sogar ich Oh, nee, Alter Ist das behindert Oh, diese Laubklinge, ne Boah Ja, am besten gleich quit Okay, bitte sag das Feuerholen, kill Das, was du angelst, es hat ein hohes Level Also das musst du halt fast nicht leveln, ne Das ist ganz geil Was hab ich denn hier Alter, ich hab's Oh Ich bin voll die epischen Attacken Oh Zen-Kopf-Stoß Lecken Ich warte, ist denn Uhu-Kleber physisch oder speziell Ich muss das erstmal nachgucken, ne War vielleicht sogar eine Verschwendung Aber es ist mir so scheißegal Alter, heute noch gesagt Äh, äh Ja Wäre cool, wenn Octopau noch durchkommt Ja Ich hab darauf gesagt Wäre cool, wenn ich überhaupt noch durchkomme Und dann stirbt Ey, dieses dreckige Verhurte Oh, mein Gott Warum krettet der jetzt, Mann? Hätte ich Surfer eingesetzt, dann wäre er gestorben Ne Ich hasse es Capoeira, ist es Kampf? Ja Und gegen, mit wem soll ich rein? Oh, mir lohnt es sich an der Lärmste Mit wem wohl? Holy shit Ähm Hat das Ding irgendwelche krassen Attacken? WTF? Oh, Kontern Aber du greif eh speziell an Also Ich muss mich aber erstmal heilen Und ich bin auch ganze Zeit paralysiert Das ist so kacke Okay, Hoto Ja, Sakt Warte, jetzt geh ich mal auf Noctu Das hattest du ja auch mal Das ist das Lustige Okay, Ruckzuki Das geht So, was lernt der Junge eigentlich noch? Zenkopfstoß hab ich ja Eigentlich Müll Okay, also bei Zenkopfstoß ist schon mal nicht schlecht Aber dafür, dass ich paralysiert bin, komme ich hier relativ oft durch Yes Yes, der ist auch paralysiert Sehr, sehr gut Deshalb liebe ich Feuerrode, Malta Äh, ich finde, muss ich sagen Warum habe ich mich aufgeregt? Ich finde den gut Uhu-Kleber Der ist nicht schlecht Ist vom Typ Flug Oh, aber der Junge ist speziell Der darfst du auch nicht benutzen Denk dran Ja, ja Der Junge ist aber speziell Das ist natürlich echt scheiße Aber der tankt speziell auch gut Das ist eigentlich ganz geil Boah, ist hier irgendwo ein Pukesent? Ja, ja Du musst halt durchkommen, Alter Aber ich bin hier in irgendwelchen Bergen Bergen Nein, hier hat sich ein Kind versteckt Als Trainer Du bist, du bist aber fast am Ende Du bist fast am Ende, wenn du da bist Okay Du musst aber noch gegen alten Opa kämpfen Und gegen noch einen Smorgon Mhm Okay Geil, ich habe Barta vorne Wenn der speziell ist Ist das ein bisschen scheiße Ich hätte mich heilen müssen Ja, woher soll ich denn noch wissen Dass so ein Dreckskind da ist, Mann? Weil ich habe schon mal einen Luftschnitt-Step Das ist gut Sondersensor kriege ich noch Ja, perfekt Kann es sein, dass dieses Smorgon Nichts gegen mich machen können Oder liege ich falsch? Finale Oh Oder Explosion halt sogar, ne? Komplett geheilt fast Also außer 5kp Das macht der Büro-Ball Das ist Ist auch nicht so lecker eigentlich Aber Nein, ist ja nicht sehr effektiv Stimmt Wegen dem Wasser-Typus Scheiße Boah Es geht Meine Nase, ey Jetzt komme ich nicht durch Ey, jetzt ist doch echt Dreck Luftschnittchen Er kann von mir aus diesen Büro-Ball abnommen Da habe ich jetzt schon Speziellwerte Ja Okay, Uhu-Kleber Bleibt mal in der Ersatzbox Ähm Ja Ey, Maschine, rettet mir den Arsch Ja, warte, aber warum kriegt ihr jetzt IP, Digga? Ah, super Super Ja Leute, ich muss Okay, doch Ich kann noch die Rote machen Die daneben Die musst du nicht mal machen Rack Oh, ich bin so doof Doch, mache ich Ich mache alles, das weiß ich Oh, scheiße Ich habe aber Bartha trotzdem noch als Sklave mit Wegen Soff der Rote habe ich Oh, geil, okay Oh, sag TM30 Spukball Ja Von wegen, du kennst nur eine TM unswindig Ja, weil ich die auch gefunden habe Achso Sonst wüsste ich das nicht Aber hier ist auch ein Trainer Das ist so Dreck So, wehe, der Trainer fickt mich jetzt in die nächste Dimension, ne? Dann rip Ich nehme mein Noctur überall hin Das geht, das geht alles, was die hier haben Wo, wo bist du? Du bist, du bist du vor dem, diese alten? Nein Ach, das ist auf jeden Fall Noctur Auf jeden Fall Hm Was denn? Das ist mal Noctur, Turtok steht vor mir Uiuiuiui Er macht Wirbelwind und ausgerechnet wird Bartha eingewechselt Die dich nicht mehr benutzt Ah, ne, ich muss rausrutschen Ich habe überlegt, jetzt einfach auf Schaufler zu gehen Aber, ah, Turtok Aber der kann auch Biss, ne? Turbotreer, was ist los mit dem? Turtok kann Biss, ja Ja, deswegen ist das gerade ganz schön scheiße Ey, dieses Pudox macht Wirbelwind Und das ist für die Nazlux so kacke, weil Ja, aber wenn es nicht ein Ne, es kommen ja immer Pokémon rein, mit denen ich nicht kämpfen darf Das heißt, ich muss immer wieder switchen Er macht Wirbelwind Ich muss switchen Er macht Wirbelwind Okay, nice Und mit, äh, Dingens werde ich nicht drinnen bleiben Das geile ist halt, das Sternchen hat halt Genesung Das ist halt ganz nice Ja Und sogar, das macht nix Das macht keinen Schaden Turtok ist übel Das macht die ganze Zeit Wirbelwind Alter, ich kann so nicht kämpfen Wie viel Schaden macht das? Vielleicht hat das auch nur die Attacke Aber es fügt gerade ab Jetzt wird Nero reingeschickt Mit dem darf ich nicht kämpfen Ich hätte echt um 5 Euro gewettet Ist das jetzt passiert? Und es passiert Perfekt Was denn, ist jemand tot? Ah, nein Das ist der, der, der Huren So hat mich mit Aquarelle wieder verwirrt Das passiert mir Das ist mir noch nie so oft passiert Wie hier in der Nazlux schon Junge, er macht immer Wirbelwind Ich kann nix machen Es kommt immer Brutalander rein Mit dem darf ich nicht kämpfen Lass ihn doch sterben Uhrensohn Ich muss ja irgendwie angreifen Mach irgendwas, was keinen Schaden macht Damit du es sterben lässt Ja, Ruheort Was, der Junge Er macht wieder Wirbelwind Oh, bist du ein Wichser Ja, ja Yes Der macht nur Wirbelwind Ja Okay Dann kommt jemand anderes rein Ja Ist doch gut Okay, aber Total underleveled Und was heißt denn total? 21 gegen 34 Kann so nicht drin bleiben Eben Auch wenn Prudox nix kann Das ist, das ist so much Ich glaub, das Ding ist, dass er nur Wirbelwind kann Weil er nix macht Ich werd trotzdem hier nicht jetzt so sicher, ne? Ja Was macht er denn jetzt? Okay, tot Perfekt Ja, jetzt macht er Lichtschild Ja, siehste Pass auf Lichtschild ist super gut Gegen den kann ich Antikkraft machen, ne? Oh, 1000 DP gehabt, der Junge Ja, kann ich Ist Ah, kommen wir da nicht durch Aber Antikkraft müsste sehr effektiv sein Danach wieder Wirbelwind Hat er jetzt grad genau in dem Moment Die 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 Beere gespawnt Ich muss theoretisch Muss ich mit Melotik angreifen, weil Ja Ich bin stark Ich bin stark Ich bin stark Ja, chill Ah, du Was willst du von mir? Ah, du gibst mir eine Theorie Oh, okay Gut, dass ich nicht dritte geblieben bin Der macht Psychostrahl Wo bist du jetzt genau Vor einem fetten? Immer noch vor Nein Vor irgendeinem Typen So, jetzt kann ich endlich mit Antikkraft angreifen Bring ihn mal bitte um Sag das Ja, als ob Antikkraft ist sehr effektiv Und zieht dich mal die Hälfte Oder du kannst geboostet werden Hm, dann wurde ich aber nicht Ja, das ist natürlich mies Jetzt kommt wieder Bruder Traumato, Alter Fuck Doch nicht ab Hä, Sternchen ist vorne? Warum? Wow Tentoxa Das ist super Ich hasse Wohin genau Das ist wieder Godniss drin Der Sack Kotze Balls, ne? Der Junge Mutterpel Aha Psychostrahl könnte halt killen Deshalb muss ich raus Ich hasse es Er macht wieder Psychostrahl Das ist gut, wenn Godniss reinkommt Weil dann macht der immer Psychostrahl Der Junge kann aber auch Wirbelwind, sehe ich gerade Ich gehe trotzdem auf Schwertanz Bitte sagt, dass ich durchkomme Komm mal bitte durch Yes, ich komme durch Ist Antikkraft speziell? Ja Scheiße Der Sack hat es auch nicht gekillt Wegen dem Lichtschild Ja Ist er aber tot Endlich ist es scheiß Brudox tot Bamm Mutterpel ist auch down Nice, Ben Werde ich wieder auf Full Life? Das kriegt jeder hier EP Na, schade Okay, Godniss 22 Schön Carpilz? Oh Ich hätte gern Carpilz, Alter Ich hätte richtig gern Carpilz Als ob da auch noch ein Trainer versteckt ist Mann, ist diese Route ein Abfuck Wie bist du denn jetzt hergegangen? Ja, hier sind überall Nochmal ein Carpilz Hier sind überall so Dinger Ja, das sind so Kinder Die sich im Dreck verstecken Genau, diese Dreckskinder Die fucken gerade so ab Wo ist das denn genau? Ist das da mal, wo du mit dem Fahrrad fahren musstest oder was? Ne, ne Also Ja, also Hier ist halt kein hohes Gras mehr, ne? Ja, das Weiß ich Ich wollte halt nur wissen Ob das da ist Ja, hier sind einmal Fahrrad-Ebenen Dann sind hier Ebenen, wo man runtergehen kann Und so ein Dreck Ja, das hilft mir auf jeden Fall Hm Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ja, ob Sack für mich? Gesundheit unten Uuuuuh Danke Ein Meter Nicht gut Hätte ich auch gern, Alter Vollentwicklung vom Meter groß Wäre super gut Auch einfach zu fangen Relativ Oh, fast tot Scheiße Obwohl ich den Smaragd nicht fertig gebracht Ja, hab ich gesehen Hab ich gesehen Das wär so ein cooles Pokémon Ich bin trotzdem schneller Scheiß auf dein Grimasse, ey Ja, das ist jetzt ein scheiß Gegner Ja, das ist ein scheiß Gegner Wheelie 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 ist kacke Ich vergesse immer den Typen Immer Ich weiß ihn jetzt schon wieder nicht Obwohl ich ihn vor einem Part oder so gesehen hab Ich glaub Boden Keine Ahnung Pflanze, irgendwas ist der Ja, Antikkraft kann er auf jeden Fall nicht mehr ansetzen Ansetzen Einsetzen Oh, er macht Amnesie Der Spacken Oh, das ist richtig kacke, ne Ich weiß Holy shit, du musst ihn jetzt töten Ja, Feuerrode, ne Ist speziell und macht nix Ja, wegen Amnesie Scheiße Warte, was ist ein Antikkraft Ich hab noch Aquawelle Vielleicht ist er ja Boden Warte, ist Aquawelle Ja, der ist irgendwie Pflanze Gestein oder so Irgendwie so Warte mal Warte, 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 warte Amnesie ist grad echt scheiße Amnesie ist mega kacke Oh Gott Oh, Antikkraft auch Ja, natürlich Hab ich doch eben schon gesagt Hast doch eben grad gefragt noch Ich hab noch Echt Ah, Sternchen Come on, Bro Oh, Feuerrode hat auch nur noch neun, ne Oh, laber doch nicht Also, nein Hab ich nen Etter? Ich hab nen Elixier mit Ich hab nen Elixier mit Ah, mach es aber noch nicht Wenn es echt noch nicht sein muss Ja, ich mach es Oh, er macht verwurzelt Das Ding ist halt ne Verteidigungsmaschine Ich hab das Mansmaragd gehabt Deshalb Ah, rip Das Ding kann eigentlich Sehr Es kann an sich vom Angriff her nix Nur es kann sich sehr, sehr lange am Leben halten Wenn es will Ist wie ein Relaxo, der Ding eigentlich So Das ist halt nix beim Angriff gehabt Was war denn der Trainer für ein Typ? So ein Vogelspaß oder Was war das so für ein Sprite von dem Typen? Ja, so ein Dreckskind einfach Ein Dreckskind Vor nem Item Er macht wieder Amnesie Jetzt ist es auf plus vier Äh, okay Dann dauert es noch Das zieht nix Boah, geht sogar Ich muss halt kritische Lippen So, ich versuche jetzt noch nen Encounter zu fangen, Leute Ne, ne, ne Warte, departe schon bei 28 Lass mich nur noch dieses Weedie besiegen Und dann Ja, wenn du's schaffst Also ich Geh jetzt schon in Richtung nächste Stadt Ja, mach Encounter Kann noch ein bisschen dauern Ja Mach ich Weil jetzt bin ich auch noch verwirrt Oh, perfekt Jetzt krittet er dich Und verletzt mich selbst Ja, krittet am besten gleich Auch damit noch jemand tot wird in den Pfad Aber wenn Maschinen ist, dann bin ich weg Naja Das kann man so sagen, ja Aber er greift nur mit Säure an Das geht So, Leute Hier ist der nächste Encounter Und Nein Kann man machen Ey, ich bin paralysiert Unverwirrt Ich möchte aber gleich Ich möchte den aber da hinten im Gras fangen Nicht hier an der See Hab ich Ja, Amnesie Jetzt ist es auf plus sechs Cool Ja, das ist natürlich Ripped, das musst du eigentlich nur Kritten oder mit Antikraften Boost kriegen Ist so Ja, Antikraft hat keine AP Ja, perfekt Ein Amoroso ist mein Encounter Aha Ja Das Ding ist vierte Gen, ne Ne, dritte Glaube ich Amoroso Ja Ne, erste sogar Ne, zweite, zweite Zweite Gen Ist Amoroso Ja, ist okay Ist okay Das Ding hab ich grad nicht im Kopf Kann ich verstehen Ich hab jetzt echt Angst gehabt, dass der junge Hausbruch einsetzt Weil dann Huh, gute Nacht, Team Jawohl, das war ein bisschen riskant So viele Tränke hab ich auch nicht mehr Als ob sich jetzt ein Wheelie in die Verzweiflung gerät Nein Scheiße Das zieht's nur in die Länge hier Warte, warte, warte Ich muss noch einmal Stemmschauer einsetzen Okay, perfekt Das gibt's doch nicht Ich krieg dieses Wheelie einfach nicht Ja Super Das ist Aber er hat Ah, Säure Das würde aber wahrscheinlich Melotik killen Ja, bestimmt Bestimmt Oh, der letzte Trank Oh Gott Nein Das kann nicht sein Das passiert jetzt nicht wirklich, Mann Okay, fast volle KP Ja Paralyse halt, ne Säure zieht nix Warst du ohne Tränke wieder los? Nein, sieben Stück Reicht der anscheinend nicht, ey Scheiße Äh, ich hab ein Problem, ne Wenn der jetzt noch einmal trifft Dann ist mein Er tötet gerade mein Team, ne Ist gerade das Problem Amorose tötet mein Team Trifft doch einfach mit diesem Drecksfeuerrode, Mann Ich kann Ich tanke noch einen Hit Er kommt einfach nicht mehr durch Das ist nur eine scheiß Paralyse, Mann Er ist wieder im grünen Bereich Durch diesen Drecksverwurzler Ja, perfekt Okay, ich muss flüchten Ich muss flüchten Der Encounter ist mal wieder verkackt Cool Konfu-Strahl, ey Das ist so ein Vanessa ist tot Was? Vanessa ist tot Vanessa ist Ey, verarscht mich Das kann nicht sein Das kann nicht sein Nein Also Palkia, Mann, nein Nasrok verkackt, wirklich Komm, nee Nasrok ist tot Was? Ne Ist gerade nicht passiert Ist nicht passiert Was? Ist einfach nicht passiert Ja, dann kann ich ja Palkia opfern Ist die Frage, ob ich überhaupt noch durchkomme Was? 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 Das kann nicht sein Das kann nicht sein Nein Ach, Palkia ist eh gleich tot Ich glaube, ich schaffe das an sich hier nicht Ja, geflohen Was ist das denn? Sternchen, Alter Nein Was? Also du hast gesagt, Vanessa ist tot Vanessa ist tot Vanessa ist tot, ja Ja, Palkia auch Und ich glaube, ich schaffe dieses Weeley nicht Weil ich durchgehend paralysiert bin Und ich komme mit Feuerrode nicht durch Ich kann vielleicht dreimal durch Als ob wir jetzt so schlecht sterben So, aber er greift ja nicht mehr an Oh, ich habe Palkia, Tackle und Genesung Oh, sogar Tackle geht daneben Aber Säure macht relativ wenig Schaden Ich glaube, der hat ja richtig viele AP verloren Ich könnte das unter Umständen schaffen Aber dann muss ich irgendwo hinfliegen Und das Ding Ich könnte es in der Theorie schaffen Auch Tackle ist nicht sehr effektiv Ja, verloren Ja, nice, Ben Ich muss Genesung spammen Platscher spammen Und hoffen, dass er sich irgendwann Durch Verzweifler selbst killt Obwohl, das wird er nicht machen Ja, ist verloren Als ob das jetzt passiert ist Vanessa? Ich, ich, warte mal Rex Pokemon, Mann Ich kann es gar nicht so realisieren Ich kann es gerade Ich glaube, ich glaube, das ist ein Traum Oder so Nee, das kann gar nicht sein Das kann nicht sein Warte mal, hä? Was ist denn hier los? Als ob ein Wheelie so viel Schaden anrichtet, Digga Hä? Ja, es hat sich komplett gehalten Mit diesem scheißer Wurzler Weil ich kein Junge Feuerrodem hat die Hälfte gezogen Ich habe locker 15 Mal auf Feuerrodem gedrückt Ich kam Zweimal durch Kann man mit Verzweifler Critten? Nee Ja, dann habe ich verloren Ja, dann habe ich verloren Also, ich weiß nicht Als ob dieses scheiß Drecksvieh Als ob Genesung daneben ging Oh, jetzt Warte mal Octopal Critten Wird von Spiegel Cape Gefickt Okay Vanessa wurde von einem wilden Oh, die Zahlverteidigung sinkt Ich muss einen Tickle critten, Alter Wirklich Nee Wie konnte denn Einen Hit hätte ich überlebt Ich muss auf Verzweifler gehen Weil ich habe, glaube ich, genug Genesung Aber er hat auch Verwurzler, ja Wie konnte das denn passieren? Ich verstehe es nicht Ey, entweder schaffe ich das durch Verzweifler Oder die Nuzlocke ist gleich zu Ende Jo, die ist wahrscheinlich gleich zu Ende Ich hoffe, ich auch Tolles Moveset Lame ist Ende Lame ist Ende Der macht doch nur Confustra Gut, mit dem Team gegen Wheelie ist halt scheiße, ne? Ja, ja klar Aber ich könnte das noch schaffen Eventuell Wie oft kann man den Verwurzler einsetzen? Ja, das hält ja die ganze Zeit, ne? Nee, nur wie viel AP Weil wenn das 20 hat, dann Ja, mehr 35 oder so ein Scheiß Ey, ich verschnelle mal die Geschwindigkeit Weil das dauert fast so lange Ja, mach mal Ich will nur wissen, ob ich es überhaupt noch schaffe Wie? Wie die? Äh? Das mit Vanessa glaube ich jetzt einfach nicht Ach, Genesung hat nur 10 Ja, aber ich habe noch ein Etter Hä? Hä? Oh, er geht jetzt auf Verwurzler Ich glaube, er hat keine Attacken mehr Obwohl er halt schon gewurzelt ist Ja, er macht jetzt ganz Zeit Verwurzler Ich glaube, er zieht Macht gleich Verzweifler Ey, wenn ich das noch schaffe, ne? Und das, das? Also wenn wir jetzt uns noch retten Krank Er macht die ganze Zeit Verwurzler Er macht die ganze Zeit Verwurzler Er macht nichts mehr anderes Krank ist damit ever Das heißt, er greift mich auch nicht mehr an Das heißt, wenn ich Genesung einsetze Dann wegen seinem Scheiß Drecks, ähm Verzweifler Ey, ich glaube nicht, dass mich ein Walzer gerade getötet hat Ja, ich glaube nicht, dass ein Wheelie mich gerade tötet Okay, mit einem totalen Underlevel Melotik, ne? Ey, Vanessa, es tut mir so leid Ich hätte früher flüchten müssen Wie lame Sorry, Leute, wenn der Part jetzt Ewigkeiten dauert Aber, oh, Tackle hat auch keine AP mehr gleich So oft habe ich schon Ja, ich habe Tackle schon nur noch 15 Mal Er macht ganz Zeit Verwurzler Er greift nicht mehr an Ich frage mich, wieviel Schaden er mit Verzweifler bei sich selbst macht Wenn es durch seinen Scheiß Verwurzler aufgeheilt wird Dann ist er ja unschlagbar Ne, 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 das macht einen guten Schaden Ja, bei mir oder bei ihm? Bei ihm Bei dir wahrscheinlich auch, aber Ja, ich bin halt Hast du, bist jetzt, hast du jetzt speedet? Ich bin 9 Level drunter Hast du jetzt speedet? Was? Speedest du? Speedet Ja, ich bin schneller mit Tackle Ne, ich meine generell speedest du jetzt Du willst ja schneller machen Hast du jetzt, weil Ah ja, ja, ich habe schon noch 4000 Frames Okay, nice Tut uns leid Also, das tut mir vor allem jetzt sehr leid Oh mein Gott Dass ich Palkia durch dich verliere, hätte ich echt nicht gedacht Hätte ich auch nicht Hätte ich nicht gedacht Ich habe gedacht, einen Walzer tank ich noch Einen noch Wie oft macht er denn Ach Leute, freut euch auf Hard Gold mehr, sage ich Oder Feuerrot Warte, warte, warte Drück nicht die ganze Zeit auf Tackle Geh auch auf Platscher Ein paar Mal Ja, Platscher hat 40, cool Ja, mach aber Platscher, weil Sonst verschwendest du nur Abgehe Er macht jetzt nur noch Amnesie Ach Gott Ja, drück die ganze Zeit Platscher Er macht nur noch Amnesie Er hat nicht mal verwurzelt Du kannst es noch schaffen, Alter Ich habe noch Komm schon Warte, es kann ja auch sein, dass ich irgendwann Ja, er macht Verzweifler Oh, das macht guten Schaden Das macht guten Schaden Kann Verzweifler critten Nein Gut, dann denke ich noch einen, safe Safe? Ja Ja, er geht sich Ja Warte, warte Hat er noch einen Mann? Nein, hat er nicht Ich habe noch Genesung Warte, flüchte, flüchte Nein, das ist ja ein Trainer Ja, geh, geh, geh Wenn du das Ding getötet hast Wenn es stirbt Ja, ja Dann fliege ich irgendwo hin Und traiere es Ja Ich glaube, ich schaffe es nicht Leute, was? Nein Wir retten uns aus der größten Tricks Ja, er gilt sich selbst Bitte Genesung Er ist tot Ja, wir haben noch einen Pokémon Jetzt beide Junge, als ob ich das getan Ja, okay Wie dumm bist du Dass du mit Vanessa nicht flüchtest Obwohl er sich schon KB verloren hat Und du dann denkst Ja, ein Walzer Crit ich noch Äh, tank ich noch Ja, hallo Das musste jetzt raus Ja, das war bei Horn Attacke Damals bei mir Aber ich war ja kein Crit Das hat mich halt verwundert Ach, das war nicht mal ein Crit Nein Warum gehst du nicht raus? Weil ich einen doch safe getankt habe Das war wahrscheinlich ein Hyrule Oder so ein Dreck Was ist ein Hyrule? Ja, Attacken machen nicht immer Den selben Schaden Manchmal machen sie weniger Manchmal Ja, kenne ich diesen Dreck Ja Ja, die haben immer so ein Spann Okay, Leute Also ohne, ohne Palk Ja, okay Melotic ist ein gutes Pokémon Wie? Aber mein Moveset Du musst es jetzt Wir müssen es jetzt trainieren Ich muss es so leveln Dass es ein geiles Moveset hat Ansonsten, Leute Ist vorbei Alter, wir Du musst jetzt Du musst jetzt nach Elyse kommen Dann angeln Und dann den Encounter kriegen Dann haben wir wieder zwei Pokémon Oh, zwei Leute, wisst ihr doch Wo wir das Team Galactic Mit zwei Pokémon weggefegt haben Ja, warte Ja, Alter Das müssen wir wieder schaffen WTF Was passiert hier eigentlich In dieser Nasslock Wir sind wirklich Wir kommen mit dem Wir gucken mit dem Durch das Grab Wir werden Wir wurden schon zugeschaufelt Aber Wir suchen Ja, natürlich Diese Eichel Da kitzelt noch Die Kante Genau Das ist so Aus dieser Erde raus Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Ne, Leute Wir müssen jetzt den Park Benden erstmal Also, dass du durch ein wildes Pokémon Dein stärkstes verlierst Ja, das ist krass Hätte ich nicht erwartet Leute Da seht ihr mal Dass nicht nur ich Verschuldet bin Ja Was So, Leute Das war's mit dem Park Jetzt erstmal Haut da rein Wir sind's beim nächsten Mal wieder Ich kann's nicht glauben Tschö Oh, nee Ich lege nen Döner auf das Grab von Chanakhan Jetzt ist für ihn für immer Ramadan Er liegt im Regen Weil ich auf seine Leiche pisse